Herzlich willkommen zu Prüfungen auf dem Prüfstand. In diesen und weiteren Videos stellen wir Ihnen die derzeit gängigen Prüfverfahren der Beschichtungstechnik vor. Heute befassen wir uns mit dem Thema Glanzgradmessung und erläutern in diesem Video, worauf Sie achten müssen und geben Ihnen nutzwertige Tipps mit auf den Weg. Zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich David Hoffmann von der DFO. Für das Verständnis der Glanzgradmessung erläutern wir den Zusammenhang zwischen dem subjektiven Glanzempfinden, dem gemessenen Glanzwert und der eingesetzten Messgeometrie. Kurz zur Funktion. Bei der Glanzgradmessung wird unter einem definierten Winkel ein Lichtstrahl auf die Probenoberfläche gerichtet. Ein Detektor misst die Intensität des reflektierten Lichtes und berechnet daraus den Glanzgrad. Bei der angesprochenen Messgeometrie handelt es sich um den eingestellten Winkel des Lichtstrahls. Die ISO-Norm 2813 beschreibt, dass man im Grunde genommen alle Glanzgrade mit der 60-Grad-Geometrie messen kann, weist aber auch darauf hin, dass alle Werte, die über 70 Glanzeinheiten liegen, besser mit der 20-Grad-Geometrie erfasst werden können und alle Glanzgrade, die unter 10-Einheiten liegen, besser mit der 85-Grad-Messgeometrie gemessen werden können. Den Grund dafür sehen wir in dieser Grafik. Auf der y-Achse sehen wir die Messwerte abhängig von der gewählten Geometrie. Auf der x-Achse ist die visuell zunehmende Glanzempfindung der vermessenen Beschichtungen angegeben. Wie man am Beispiel des Messbereichs kleiner 10-Glanzeinheiten sieht, fällt bei der 60-Grad-Geometrie die Stärkung stark ab und ist nicht mehr näherungsweise linear. Demzufolge ergeben alle matten Oberflächen nur geringe Unterschiede im Glanzgrad. Mit der 85-Grad-Geometrie lassen sich matte Oberflächen deutlich höher und linear auflösen. Diese ist dafür im Seitenglanzbereich nicht mehr geeignet. Um diese Unterschiede zu demonstrieren, zeigen wir Ihnen die Messung auf zwei unterschiedlich matten Oberflächen. Zunächst messen wir mit der 60-Grad-Geometrie. Auf Blech 1 messen wir einen Glanzgrad von 4,1. Auf Blech 2 messen wir einen Glanzgrad von 5,3. Jetzt messen wir dieselben Bereiche erneut mit der 85-Grad-Geometrie. Auf Blech 1 messen wir einen Glanzgrad von 24,9. Auf Blech 2 messen wir einen Glanzgrad von 29,2. Die Messwerte der 60-Grad-Geometrie liegen erwartungsgemäß eng beieinander. Die Messwerte der 85-Grad-Geometrie zeigen eine große Differenz auf. Wieso stellt das ein Problem dar? Es kann zum Beispiel vorkommen, dass ein Kunde einen bestimmten Glanzgrad haben möchte und dem Lieferanten entsprechende Vorgaben macht. Bleiben wir kurz bei unserem Beispiel. Der Kunde möchte eine matte Oberfläche haben und gibt einen Glanzgrad von 10 Einheiten vor, gemessen mit der 60-Grad-Geometrie. Der Lieferant misst seine Oberfläche und stellt fest, dass er im Sollbereich liegt. Eventuell mit kleineren Messungenauigkeiten. Die werden aber meistens durch die Toleranzen abgedeckt. Visuell sind diese Abweichungen aber unter Umständen deutlich erkennbar und der Kunde reklamiert das natürlich. Mit der 85-Grad-Geometrie können solche Abweichungen viel höher aufgelöst werden und liegen im Bereich mehrere Einheiten. Wie lässt sich so etwas vermeiden? Ausgehend von der 60-Grad-Geometrie sollte entschieden werden, mit welcher Messgeometrie gemessen wird. Liegt der gemessene Wert über 70 Glanzeinheiten, so sollte auf die 20-Grad-Geometrie umgestellt werden. Liegt der Wert unter 10 Glanzeinheiten, so sollte auf die 85-Grad-Geometrie umgestellt werden. Hier sollten sich Lieferant und Kunde natürlich auch miteinander absprechen und sich der Problematik bewusst sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Freuen Sie sich auf weitere Videos von Prüfungen auf dem Prüfstand. Diese finden Sie auf den angegebenen Internetseiten.